Hallo und willkommen zur neuen Aufnahme von Let's Play Akras von der Let's Let's Community Werbung Und ja, der Florimaster ist auch wieder mit dabei Was? Ja gut, dann halt nicht, dann bin ich heute alleine Muss Kuckuck bauen, ich kann nicht Alter Ich glaub, Thea Toxys weiß nicht, dass ich den Log nachlesen kann Und wir hätten, glaub ich, warten sollen, bis einfach das Zeug hier durchgeschmolzen ist, dass ich weiterarbeiten kann Ah, nee, ich kann auch den Generator bauen Äh, den Survival- Problem ist, wenn's jetzt dunkel wird, dann muss ich ganz schnell alles ausleuchten Äh, leuchtet doch jetzt schon nebenbei aus, sicher, sicher So, den Survivalist Generator Haben wir noch? Wir haben keinen Redstone mehr, ich hab das letzte Redstone noch aufgebraucht Hast du gehört? Wir haben das letzte Redstone noch ausgebraucht, ja Wo kriegt mein Redstone noch mal raus? Oh, Staub, oder? Staubsieben, ja genau Oh nein Aber irgendwie leckt der Server heute ganz schön, hab ich das Gefühl Ja Hä? Und ich baue mich grad rüber Geht's dir noch was hoch? Nee Nee, dass ich leckste, aber das ist denn so ein langweiliger Tod, das Komm nicht voran Warum nicht? Weil ich Angst habe, was falsch zu setzen Wird das dann sonst, mhm Hä? Wie, das ist wegen ihm? Was denn? Was? Guckt nebenbei meine Lippe Alter Als ob er denn irgendwas am Server ausmacht Aber irgendwie leckt das nicht, Tobi Naja gut Naja, dann ist ja egal Irgendwas stimmt mir in meinem Internet momentan, glaub ich nicht Ich muss den Router mal neu starten Soll ich's jetzt machen? Mitten in der Aufnahme! Ja klar Dann sieht jeder das Routerpasswort von mir Äh, wie nimmst du denn auf? Ha, ha, ha Du weißt doch Hypercam und Bildschirmabfilm Geil Also wenn man denn so eine Qualität hinkriegt, wie ich habe Auch wenn ich, äh, eine relativ niedrige Qualität habe Aber wenn man das dann auf die Qualitätsschufe hochdrückt Respekt Ich freu mich schon, wenn wir die besonderen Steine haben Wo wir einfach schnell rüberrasen können über die Ja, ich habe keinen einzigen Redstone bekommen Das ist doch wohl nicht wahr Was für viel Dust hast du so gesehen? 20 Verdammt Ich wollte den Survivalist Generator bauen Ich hätte nicht mal so die Äh, ich hab nicht mal Ernst Ah, verdammt Und wir haben auch kein Gravel mehr Was für ein Generator Kann man denn sonst noch nehmen Er dampft die Dynamo Ein Solargenerator Geht nur tagsüber Ja, aber trotzdem Da bräuchten wir zwei Diamanten mehr Ähm Ja und, das wäre ja nicht schlimm Hä? Diamanten wären ja nicht schlimm Ja, aber zwei Diamanten noch bekommen Oder ein Pink Generator Ähm 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 Was war das noch? Wie ist das noch? Das ist ein Battery So Oh, ich bugge schon wieder Lass uns bald zum Schlafen gehen Flori Mars hat ins Bett gemacht Mit Seide? Ja gut So Good morning Ah, Pilz Ich probier jetzt mal einfach schnell zu bauen Es ist egal, ob ich jetzt hinfalle oder nicht Oder sterbe Nein Ja, helf mir doch Ich hab selber was zu tun Ich hab einfach ne Kackarbeit Und ich hab Angst, dass ich Hä? Aber eigentlich dürfte mir noch nicht das Boah, die Smelt Achso Keine Lava mehr Ich wollte gerade sagen, Smeltry ist immer noch nicht fertig Ja, pack immer Korbelzern rein Den Kursibel Den könnten wir eigentlich öfter bauen Wir könnten auch ne Kursibel Farm bauen Äh, Lava Farm meine ich Ja, gut Ja, stimmt Autonomous Activator Malmato Server So, Aluminium Brass Ach, jetzt So, gibst du mir ein paar Steine Dann helfe ich dir ein bisschen Den brauchst du nicht Denn halt nicht, wenn ich dir nicht gut genug bin Was für Steine soll ich dir denn geben? Puh, jetzt will ich nicht mehr So, jetzt brauch ich ein Inget Weil sonst werd ich da hinten ein Tor bauen Dass da keiner durchkommt Kein Zombie oder sowas in der Art Oh, ich hasse es Wenn die Halbsteps gewickelt werden Hä? Ja, du kennst doch die Halbsteps Manchmal Backen geben so runter Und dann sind die ein tiefer Ja Und wenn man dann drunter sneert Dann fällt man runter Klasse So Ähm Liquid Slime Safari in der Single Use Oder ein Reward Bag Reward Bag Oh Gott, sag Andere hat sich alles Dem nicht an Was? Ähm Nein Ich hab keine Lust mehr Lust zu bekommen Hättest du es wirklich wissen Nein Das hört sich scheiße an Also Ein Boot mit Feather Falling 5 Das ist doch gut Bling Ein Herz mehr So Und aus dem Reward Bag Dann kann ich ja jetzt runterspringen Äh 16 Large Lapis Bricks Und Large Blackstone Bricks Uh Ich hab einen ganzen Haufen Bricks bekommen Alle verschiedenen Stärken von Sogar Obsidian Bricks Auf dem Menü App Seh ich schon das Ziel Ha Fallen nicht Wenn's noch ein paar Hive darfst du spawnen Nein Bitte Ach, na gut Wir haben keinen Cleanstorm mehr Tut mir leid Was hast du damit gemacht? In Müll geschmissen In Void reingeschmissen, ja Genau So weißt du was Ich helfe dir denn einfach Ich fühle mir sowas von leicht an So Oh Ne, das kommt da rein So, die nächsten müssen eine Eisenbrücke bauen Hä, warum? Ronny hat mir eine Holzbrücke vorgelegt Wir sind in der Steinzeit Die anderen machen eine Eisenzeit Ähm Zwo, vier, fünf Zwo, vier, fünf Immer eine Schräge So So Freue mich, wann diese Kacke fertig ist La 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 Die Folge nenne ich eindeutig gefährlicher Brückenbau mit voll, äh, mit Todesfolgen Hä? Willst du einfach noch runterfallen, oder was? Fall runter, sag ich dir Okay Ich helfe dir Nein, bitte nicht Ich sehe es echt, komm Die einzigen Tode, die wir machen, sind entweder Dämlichkeitsfehler Oder weil wir uns gegenseitig runterschlagen Was nicht geht, weil PvP aus ist Sicher? Ja Nein, nicht ganz So, wenn wir die blöde Brücke fertig haben, können wir dann wenigstens Quests weitermachen Aktiv Ich würde auch gerne mal mit, äh, diesem Kochteil da anfangen Und das, äh, da brauchen wir aber noch Äpfel, deswegen müssten wir Oakseptlinge anpflanzen Ja Handeln Wir haben den, wir haben den ja wiederbekommen, schon das haben wir vergessen, was zu sagen Wir haben einen Oakseptling wiederbekommen, in dem wir Erde gesiebt haben Echt? Also, wenn ihr Probleme, ja, wenn ihr Probleme habt, dann solltet ihr Erde sieben, einfach Genau Wir haben auch einen kleinen Trick, wie wir mehr Erde bekommen, also den sagen wir nicht Another one is fine packen Wow, warum sagst du das? Keine Ahnung, kannst du mich ja auspiepen Mach ich auch Mich guckt ja eh niemand Ach doch, verdammt, Ronny guckt mich ja Verdammt, da muss ich mich selber auspiepsen Nein Müssen wir die ganze Folge piepsen Pieps, 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 pieps Ich bewege mich jetzt nicht Alter, mein Bild war eben eingefreezed Alter Ronny Wir sind irgendwie ein bisschen höher als Dings, kann das sein Wie kein Popcorn, verpiss dich mit deinem Popcorn Ja, wir sind einhörer Ui, Essen ist da Ah, Mann So, brauchst du noch Steine? Ja Gib den Scheiß her, danke Ui, der Hexer ist wieder da Wir sind die einzigsten, ne? So, erstmal hier ausleuchten den Scheiß Muss man drücken, na, ja Oh, schöne Brückenbau-Quest Oh, schön So, oder? Zwei, vier, sechs Ne, sieben sind das nur, oder? Oder acht breit Drei, zwei, drei, zwei Drei, zwei war das immer So müsste es jetzt regulär sein, oder? Nein, das ist viel zu fett Glaub ich Doch nur so Ja, es ist nur ein weiter, zwei weiter nach Dings, glaub ich Ah, okay, nur zwei Gut, dann hab ich Warte, ich sag gleich an, wie viel Denn mit Absicht nicht, weil ich kaum noch Hunger hab Äh, ja, ist auch besser so Ja, zwei müssten das sein Was? Was ist? Äh, also wenn du nach unten gehst, geht nach oben Vier Stück, eins Ne, drei, drei Wie breit ist eine Reihe? Drei Drei Geh einfach drei nach oben Oder drei nach unten halt Ja, ich baue jetzt einfach zwei Und dann gucken wir Drei baust du, ist richtig Ich mach jetzt erstmal nur zwei Wenn du drei runter gehst Wenn du drei runter gehst, bist du richtig Boah, bei mir friert das Spiel aus irgendwelchen Gründen ab und zu an Alles, Ronny ist mit seinem Popcorn schuld Ah, okay Boah, jetzt können wir endlich Ronny besuchen gehen, juhu Jetzt können wir endlich mit Anna handeln Anna ist noch nicht in der Mitte Ach ja Mal gucken Alter, das, das doofe ist Weißt du, Ronny hat einen leichteren Weg gehabt Der, wir müssen schräg rüber Und das ist richtig kacke, find ich Ach gut, ob schräg oder gerade Tut sich auch nicht viel Doch Doppelte Ressourcen Was? Doppelte Ressourcen Warte mal Klar Klar, man muss erstmal jeden fragen, ob Jemand damit, äh, nicht einverstanden ist, wenn man zur Mitte baut Alle dürfen zur Mitte Ja, klar Ja, warum nimmst du überhaupt Slaps? Weiß es nicht Die sehen schön aus So, ich baue den Rest fertig Baust du den Rand? Ich baue schon den Rand, okay, gut Jetzt kann man sich wenigstens ordentlich bewegen Schon mal Runterfallen kann man zwar immer noch, aber Nicht runterfallen Ich mach's auch überhaupt nicht riskant oder so Boah, leck Ich hab grad ein Leck gehabt Mal passen Jetzt schmeißen die uns auch noch mit Schneebellen ab Ganz komische Ruckla Nee, das geht gar nicht grad bei mir Ja, pass einfach auf Sind, ob ich die Schneebelli rumbacken Nee, runterfallen werd ich eh nicht Cool ist, jetzt können wir auch die anderen Inseln endlich sehen Boah, ey, jetzt schmeißt du mich mit Seeds zu Boah, Ronny Ich hab so eine Arschkarte Dunkel Ich hab keine Fackeln mit, du? Ich hab Fackeln mit Gut 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 5 Hast du die Stonebricks? Nein So, jetzt gib mir auch schon mal die Stonebricks, bitte Ich hab nur einen halben Stick Achso, ja gut 1, 2, 3, 4, 5 Zack 1, 2, 3, 4, 5 Yay, das ist eine sehr schöne Folge Wir zählen heute 1, 2, 3, 4, 5 Du bist zu weit gegangen, oder? Nee, Alter, du Wie kriegst du das hin? Zählen Was denn? Game war eingefreeßt So Wir haben da hinter uns Pass auf, hinter uns Irgendwas zum Angreifen mit Äh, zählt ein Angel? Hast du eine Spitzhacke mit? Ja Reicht Äh, Leck Reicht ist Hinter dir Pass auf, pass auf Mini-Zombie, Mini-Zombie, Mini-Zombie Lass ihn zurück, wen bitte? Ich möchte erst Tag wieder Oh Ach, ja Diese Frage ist so unnötig Nein, er darf ein Feuer pflanzen Nein Haben wir auch gemacht Hä? Nö, wir haben das direkt gesagt Ich seh auch grad, dass hier ein Fehler drin ist Weil das Hä, weswegen denn? Ich hab grad F7 an Deswegen seh ich hier immer so Teile, wo ein Monster spawnen könnte Ah, verdammt Dann dürfen wir nur vier Platz machen Äh, dazwischen lassen Ja Aber wir machen eine Fackel in die Mitte rein Ist ja kein Problem Ja, stimmt Eine Fackel mehr einfach So Ja, wir brauchen Schlaf und wir nehmen auf Ein Minuten haben wir noch Aufnehmenzeit Ja, aber ist eigentlich so Die, die Aufnehmen haben Vorrang Ist richtig so Es kommt ein Zombie Jetzt kommt ein Zombie Jetzt kommt ein Zombie Ja Ey, Mann Wieso Ja, es kommt ein Zombie Ja, ich mein nicht dich Aua Verdammt Scheiße Ich muss was essen Euch auch Oh Mann Wir brauchen bald mal wieder neue Ja Ja, ich baue Ich mach mir gleich gleich Aber jetzt erstmal nicht Jetzt erstmal schlafen Kartoffeln Ja, komm, leg dich hin So Na, wer fehlt noch? Ah, jetzt Gut Danke, liebe Leute So, also wir wollen jetzt dazwischen auch noch einsetzen Äh, nee Pass auf Einfach immer davor Hä, der sieht doof aus Dann lieber hier zwischen noch So Das sieht besser aus So Immer eine Oh Gott, immer nach jedem zweiten oder was Also so viel Fackeln hab ich nicht Da muss noch welche Pflanzen Ist doch egal Wir können Holzkohle machen Haben genug Kohle Durch den Sieben Äh Ja, wir haben genug Kohle Was denn? Wir haben gar nicht so viel Kohle Doch, ich hab hier nochmal ein ganzes Deck gefunden Ach so Aber den blöden Generator müssen wir jetzt mal Ähm Bauen Kann ich sonst irgendeinen anderen Generator einfach bauen Mal Den Fernace Generator Den Der braucht auch Redstone Die brauchen alle Redstone Verdammt, da hätte man bloß drauf vorher geachtet Ja, dann müssen wir eben nach dieser Aufnahme halt noch ein bisschen aufsgehen machen So, hast du jetzt noch Stonebricks oder nicht? Ja, komm mal bitte Ja Wie lange haben wir jetzt noch? Sagtest du? Zwei Minuten? Also wahrscheinlich Zwei Minuten, hab ich vorhin gerade gesagt Okay Also sind wir jetzt gleich durch Verdammt Haben nicht sehr viel geschafft, aber scheiß doch hier Wir dürfen ja alles nicht aufsgehen machen Das ist ein bisschen doof Deswegen will ich jetzt ein bisschen schneller machen Sonst müssen wir einfach nochmal wieder überziehen Und dann ein bisschen weniger machen Ja, ich dachte mal Es ist ja auch nicht so schlimm Es ist eine Baufolge Und da kann man ja auch ein bisschen länger machen, oder? Ja, so, das war's Vielleicht kann ich noch ein paar geben Ach, hast du auch noch ein paar? Natürlich, ja Okay Das Problem ist, dass ich einfach zu vorsichtig bin Weil ich will nicht sterben Deswegen mach ich ja auch das, was ich jetzt hier gerade mache Weil du wahrscheinlich hier auch im Schneckentempo langlaufen würdest Ja, richtig So Vielleicht bist du ganz hinten ran? Nur auf der einen Seite Ich hole noch ein paar neue Und muss inzwischen auch wieder was essen Weil ich halt die ganze Zeit sprinte Aber ich will den Kram jetzt unbedingt noch in der Folge fertig machen Weil die Fackeln, das ist zweitrangig Das kann man auch eben so in dem Ball kurz machen Das ist nicht ganz so schlimm Ich mach schon die Fackeln in der Zeit Ja, mach das Danke So Ich hole noch ein paar Steine Ja, klar Eigentlich haben wir ja diese Diesen wunderbaren Warum leckt es immer in der Mitte? Also in der Mitte leckt es immer Wahrscheinlich, weil er da die Welt gerade laden muss Boah, weiß ich, wie gemein das ist Nehm, mir steht gerade ein Teller mit Pommes Oh Gott, du Armer Naja gut, so Denn jetzt weiter geht's Wir müssen uns echt beeilen Weil ich glaube, wir sind jetzt schon drüber Ja locker Naja egal, so Ich hab jetzt hier die Steinchen alle hingesetzt Wenn wir ja die Fackeln So Ja die Fackeln würde ich sagen Machen wir den Offscreen Oder setzt du Fackeln Ich setz Dings Dann sind wir gleich fertig Dann, zu schnell Dann haben wir's So, wir sind jetzt theoretisch fertig Ey Freiheit In der Mitte endlich Sachen anflanken So Ja, so passt's Genau So, dann kommen wir jetzt auch an So, dann würde ich sagen Wir machen einfach hier mal einen Cut, oder? Ja, dann würde ich sagen Das war's Schau bis zum nächsten Mal Und wir sehen uns Ciao, ciao